Ein Film basierend auf alternativen Fakten. Nach dem Weltbestseller von Finn Delkind. Was würdest du tun, wenn es völlig unerwartet Dunkel wird. Von den Machern von Texas Chainsaw Mascara und von Winden gebläht. Kommt jetzt. Ihr nächstes Meisterwerk. Matt Pitt. Und Brad Damon. Auf ihrem Weg nach ganz, ganz unten. Wie weit würdest du gehen, um nicht länger im Dunkeln zu töten? Im Gespräch für eventuelle Nominierungen für über zwei Filmpreise. Es wird Zeit für dich, den Schalter umzulegen. Göttschlaß. 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 Jetzt. Nie im Kino. Göttschlaß.